Moin seht ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück mit der Busfahrerkappe auf zum Bussimulator. 2018, letzte Part habe ich verkackt und deswegen fahren wir gerade eine extra Runde um Pudding. Hilfe nix. Hilfe nix, man muss halt auch mal dumm sein. So bitte, hier komm. Gib einfach Gas, wir müssen noch die Achievements sammeln. Verstehst du das denn nicht? Komm schon. Fahr doch endlich. Bitte. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Wie er einfach antießt und anstehen bleibt. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Komm, 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 komm. Scheiß drauf, ob die da wollen. Ich bin jetzt als erstes dran, Leute. Ich bin der Bus. Ich bin der Boss. Ich bin der Bus. So, wir müssen ja ein bisschen schneller fahren, weil wir das rausholen müssen, was ich da verkackt habe. Wir haben eben locker eine Minute verloren, wenn ich sogar zwei. Richtig übel. So, hier natürlich drüber hinweg, ganz klar. Und dann erst abbiegen. So, hier müssen wir raus. Geil, ne? Richtig verarschen, hab ich mich lassen. Oh, das war nicht gut. Schön über den Abbieger gefahren. Das machen wir natürlich nicht, liebe Kinder. So fährt man nicht Bus. Auch nicht Auto, auch nicht Motorrad, auch kein Roller, auch kein Fahrrad. Ich komm, ich gehe richtig berghoch hier. Krass. In so einen Kreisel gleich rein. Übelst. Ui, 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 ui. Das ist ja richtig anstrengend hier. Richtig die Action am Start. Gefällt mir. So, hier wieder raus. Ja, Ablinka korrekt. Wie sagt ihr das? Ich kenne mich aus. So, jetzt einmal bitte den Tempomat ausmachen. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Das hilft nichts. Gehen wir auf die Bahn fahren. Richtig eine kleine Autobahn hier. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ich bin richtig auf der Autobahn am Start. Oh, nee. Tut mir leid. Ich muss amstag arbeiten. Oh, nee. Tut mir leid. Ich muss arbeiten. Alter, was ist mit dir denn nicht richtig? Okay. Der gibt Stoff, du. Der gibt aber wirklich alles. Der LKW-Fahrer da. Ganz ehrlich, das ist Respekt anflößend. Lässt sich nicht lupen, sag ich mal. So, gleich sind wir auch schon im Media Center. Kann er da nicht schneller als 80 mehr. Schafft der Hobel hier nicht. Das ist schon erstaunlich. For a brighter future. Ja, ja. So, wir müssen ein bisschen abbremsen. Tempomat wieder anmachen. Wollen wir hier raus? Ja. In welchen Film? Ich habe an den neuen Superhelden-Film gedacht, der gerade angelaufen ist. Joa, klar. Joa, klar. Klar. Why not? Scheiße. Oh Gott. Okay. Leute, es läuft einfach nur. Wir haben es einfach nur drauf. Ja, heute zielt zwei Achievements. Sollte machbar sein. Und dann nächste Folge, oder nächste Tour, die wir dann planen. Entweder die letzten beiden, wobei die echt weit auseinander sind. Wahrscheinlich müssen wir da eher nochmal zwei Touren machen. Oh Gott, Alter. Ich muss mich einfach weg machen. Dieser Witz wird auch nicht besser. Umso öfter man ihn hört. Muss man einfach sagen. So Leute, kommt schon. Ich muss hier mal eben vorankommen jetzt. Versteht ihr, was ich sage? Ich muss vorankommen. Oh, es geht los. Es geht weiter. Ich muss einfach immer auf mein Handy oder sowas gucken. Dann bewegt das sie, den Verkehr. Der Astra Park. Wer von euch bekommt bei dem Namen Bock, sich eine Hülse zu öffnen, die randvoll ist? Frage für einen Freund. Wer ist ein Kenner? Jetzt kommt schon. Bisschen mutiger sein. Genau. Ne? Immer mit den Fehlern anderer rechnen. Deswegen kannst du halt Fehler machen. Ist gar kein Problem. So, schön in den Astra Park rein. Geil. Ich muss ja auch vier Haltestellen abbammeln. Das ist auch nochmal richtig ordentlich. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal. Ist das überhaupt der richtige Bus? Moment mal. Wolltst du den Astra Park? Wenn nicht, dann ist der Falsche. Zack. Moin. Jo. Wenn du deine Kippe das nächste Mal auf den Boden wirfst. Einfach so. Gibt es aber LAG. Ich brauche eine Fahrkarte. Jo. Einzels. Dann der. Eine. Bitte schön. Danke. Bitte. So, alle drinnen. Was ist mit dir denn los? Hast du dir in die Hosen gekackt oder was? Oh, Mann. Gut. Die Einfädelung wird eingeleitet. Hast du gestern ein Konzert im alten Sägewerk gesehen? Oh, immer das gleiche. Ja, sicher. Raus mit ihnen. Okay, so. Jetzt aber weiter. Wobei, warte, komm, wenn wir eh schon stehen. Einmal die Fahrkarte, bitte. Oh nein. Ich habe sie vergessen. Hier. Ja, ja, ja. Fahrkarte, bitte. Fahrkarte, bitte. Dürfte ich mal ihre Fahrkarte sehen? Augenblick. Äh, da. Hier ist die Fahrkarte. Fahrkarte. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Ich möchte euch nochmal erwähnen, wie massivst geil ich die Busmodelle in diesem Spiel finde. Also es ist... Da sind Enthusiasen am Start, ne? Die wirklich das lieben. Sonst designst du in einem Bus nicht so geil. Die sehen ja sowas von gut aus. Das ist ja unnormal. Und seitdem ich den gespielt habe, wenn ich jetzt auch immer morgens zur Arbeit radel, bei uns ist halt direkt eine Bushaltestelle auf dem Weg, da sehe ich sie dann immer stehen und jetzt kenne ich die Modelle und so. Das ist so witzig irgendwie. Ich bin voll drin jetzt. Irgendwie ist das einfach nur lustig. So. Stocker Platz mal wieder. Achtung, der Busfahrer. Oh, scheiße. Die Bodenwände nicht gesehen. Aber direkt drüber georgelt, ne? Mit Volldampf. Aber mit voller Karacho. Da bleiben die Fahrgäste halt auch wach, ne? Muss man ja auch mal positiv sehen. Kriegen dann mal ordentlich einen in den Arsch gejagt. So ein bisschen, wenn so ein Ruck durch die Backen wabbelt, ne? Dann... So ein kleiner Ruck durch die Backen. Dann bleibst du wach. Bleibst du konzentriert. Verpasst du den Bus nicht. Verpasst du deine Halsstelle nicht. Und vergiss nicht zu drücken. Das sind die wichtigen Dinge. So. Nächster Halt. Stocker Platz. Stocker Platz. Guten Tag. Uh. Working in Perfektion. Ja. Bin der Meister. Zumindest hier im Simulator. Eine Fahrkarte. Hallo. In Rio kann ich einfach gar nicht parken. Gehe mir auch echt zu. Erzähl mir gleich. Zwei Euro. Ja. Tag. Student. Eine. 2, 4, 6. Oh. Fuck. Viel zu viel. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Kannst du ein bisschen mehr bezahlen. Der Kollege vor dir hat gerade ein bisschen zu viel Wechselgeld bekommen. Ich müsste das wieder reinkriegen. 2, 4, 6, 8. Voll. Alter. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Tag. Student. Eine. Das sagt vor allen Dingen auch nichts. Richtig unhöflich. Einfach so dann mit dem zu viel Wechselgeld abzuhauen. Anstatt hier. Entschuldigen Sie. Ich glaube, Sie haben mir zu viel Wechselgeld gegeben. Das würde ein ehrenhafter Bürger machen. Oh. Wer ist denn jetzt wieder zu doof? Hallo. Sie da. Sind Sie bescheuert? Sehen Sie das nicht? Also. Wo Sie auch stehen? Können Sie mal bitte reingehen jetzt hier. Verdammt nochmal. Kack. Jetzt wird die Tür zugemacht vorne. Fahrkarte. Das ist die Fahrkarte. Nein. Ich will ein Bild von einer Katze nicht sehen. Sie heißt Mouncy. Oh Gott. Ich wünsche ihm, dass Mouncy richtig schön schwanger wird und so 20 Babys bekommt. 20 Babys. Das wünsche ich ihm. Und dann würden die alle nicht los. Und muss sich die ganze Zeit um sie kümmern. Und muss sich schmusen und liebhaben. Okay. Irgendwie ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich ist es eher schön. Südspeiche. Was bremsen Sie denn jetzt hier? Da ist nichts. Was ist denn los, dass du willst abbiegen? Dann blinkt doch ein bisschen früher, Junge. Südspeiche. Was wir schon lange nicht mehr hatten, waren Typen, die die Busselehrstelle blockieren. Und Rollstuhlfahrer. Gefühlt auch schon ewig nicht mehr. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gut. Jetzt ist ein größerer Fan als ich. Hatschig. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. Selbstverständlich. So, 3,20 Euro. Bitteschön. Alle drin? Alter, wie die alle mal laufen, sonst hätten sie sich die Hosen voll geschissen, oder? Geil. So, wir fädeln uns wieder ein und nähern uns langsam dem Ende dieser Tour, die echt lang ist. Erst auf jetzt. Vorsicht, ich muss mal eben hier durch. Und dann direkt hier auch durch. Ordentlich ausholen. Jawohl. Jawohl. Westspeiche. Dick, 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 dick. Jetzt kommt die Endstation, ne? Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Fahrkarten. Sollen sie bekommen. Senior, zwei Stück. Sehr gerne. 1,40 Euro. Bitteschön. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja. Äh, Woche Senior, zwei Stück. 50 Euro für eine Wochenkarte, für zwei? Eine Fahrkarte, bitte. Ja, gerne. Woche Standard. Das sind ja auch Preise, Alter. Baut sie, die Monatskarte, 45 Euro gekostet. Juli. Für Schüler. Wir sind hier bestimmt nicht durch Holstein. Hier sind die Preise so abartig. Da ist der Nahverkehr. Keine Ahnung, was mir denn abgeht. Sieg mal. So, los geht's. Eben zum Achievement hin. Ist nicht mehr weit, Leute. Ist nicht mehr weit, dann haben wir das nächste. Und dann sammeln wir gleich noch das nächste ein. Das ist in der Nähe. Das holen wir uns auch noch. Da gibt's noch zwei Sightseeing-Punkte, die wir uns mal angucken können. Direkt auf dem Weg sowieso. So, ich hab kurz bremsen. Hallo, bitte einmal, äh. Müsst du da einmal vor... Kann ich doch mal bitte vorbei. Hallo. Komm schon. Ja, so ist fein. Nein, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Autobahn. Ich kann die doch langsamer. Ich muss ja auch irgendwie auf die Bahn kommen, Junge. Was ist denn los mit dem Game? Kannst du ja echt nicht aussenken, ne? Wieder bremsen. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Warum bremsen sie nicht einfach, wenn etwas vor ihnen ist? Es war doch gar nichts vor mir. Ist schön am Ende nochmal verkackt, ne? So muss das sein. Kreisverkehr. Ich glaub, du musst hier beim Reinfahren auch blinken, sonst rafft das die KI nicht. Ich glaub, das ist das Ding. Ich glaub, das ist das Problem. Hatten wir, glaub ich, auch schon mal diskutiert. Ist wieder lange her. So. Warum bremten sie nicht? Fahr doch einfach selber. Unnormal, oder? Voll unhöflich sowas. So. Und anhalten. Endstation. Zack. So. Raus mit euch. Alle bitte raus. Danke. Tschüss. Einen schönen Abend wünsch ich noch. Außer dir einen da. So. Dann steigen wir mal aus. Ich muss jetzt mal gucken. Wo müssen wir lang? Von der Bushalt. Müssen wir auf die andere Seite. Und dann hier, glaub ich, dem Weg folgen. So. Wir müssen mal schauen. Und dann müssen wir unten ans Wasser ran. Guck mal hier. Da kannst du dich richtig gemütlich machen. Was ist hier denn los? Kannst du dich schön hinlegen. So eine Cabana. Ja, geil. Ein bisschen viel Gras vielleicht drumherum. Das fände ich dann doch ein bisschen unangenehm. Aber sonst ist es nice. So. Jetzt ist die Frage. Das müssen wir eben auf der Map gucken. Da sind wir. Wir müssen noch weiter runter. Das heißt, entweder hier lang. Wir müssen hier so einen Knick machen. Das ist irgendwie auf jeden Fall an den Strand runter. Ans Wasser müssen wir. Moin. Hier sehen wir dann. Das scheinen wir doch falsch zu. Ich glaube, wir müssen durch das Loch. Durch das Loch, sag ich schon. Durch den Untergrund gedönseln. Ach, guck mal hier. Die Schienen. Da können wir nicht drauf gehen. Nicht, dass wir uns noch mit dem Zug in Konflikt geraten. Ne? Habe ich doch falsch gelatscht. Drehen wir nochmal oben. Hier ist so ein dicker Parkplatz. Okay. Könnte aber auch der Weg hier sein. Wir müssen mal sehen. Einfach mal ausprobieren. Ne? Wir werden das schon finden. Aber wahrscheinlich da unter dem Tunnel durch. Würde ich mal ganz stark von ausgehen. Ja. Hier durch. Unter den Schienen durch. Und dann Richtung Wasser. Cabins. Was ist denn das? Ist das eine Bar oder was? Was sind wir für eine Menge Fahrradfahrer am Start? Was ist das? Was ist das Cabins? Das ist bestimmt so ein Underground Club. 100 pro. So. Hier ist Wasser. Und hier wird es irgendwo sein. Da. Ich habe es schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Ich muss irgendwie nach unten kommen. There we go. The next one. Tack. Collectible 2. So. Eins habe ich noch. Das holen wir uns jetzt auch noch. In dieser Tour. Bevor wir die abbrechen. Weil das relativ in der Nähe ist. Oh. Wer zukommt. Da ist er. Guckt euch das an. Moin. Wollt ihr die Party machen? Machst du gerne Party? Machst du Party? So. Erstmal den Weg wieder zurückfinden. Einfach hier lang glaube ich. Beep, 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 beep. Serious popping is going on. Also egal. Also man muss sagen. Er läuft technisch echt ganz gut. Der Simulator. Das muss man ihm lassen. Also wenn man überlegt. Was wir schon alles gespielt haben. Was wir schon alles durchlebt haben. Da ist das hier wirklich 1a. Muss man echt sagen. So. Da ist unser Bus. Einmal schnell die Straße überquert. Und gehofft nicht zu sterben. Sehr schön. Türen schließen. Nein. Neh mal drücke ich den falschen Knopf. So. Wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen jetzt. Uns erstmal wieder einfädeln. Dann müssen wir gleich tatsächlich rechts. Wir können dem Weg folgen. Der Weg ist. Oh. Korrekt. Dann müssen wir rechts. Okay. Jetzt ist der Weg nicht mehr korrekt. Rechts. Einmal ordentlich ausholen. Moin. Dann gleich wieder rechts. Und dann müssen wir auch von Mitte anhalten. Relativ auf der Mitte. So. Da ist ein Fußgänger. Ich hoffe der will hier nicht rüber. Und wenn. Ist ja hoffentlich zu langsam. Nice. So. Circa die Mitte. Circa die Mitte. Da wo der Sandweg reingeht. Das sieht doch gut aus. So. Hier eben anhalten. Blinker anschalten. Ach. Hier ist mal. Ich bin fast schon. Guck mal. Der überholt mich sogar. Verrückt. Habt ihr das gesehen? Der hab ich einfach überholt. Nice. Und dann müssten wir wohl in diese Richtung. So einfach schneller sein als die Autos. Ich guck mal irgendwie auf dem Map. Ob das passen kann. Ja. Das scheint zu passen. Hier gibt es zwei Sachen. Die wir uns angucken können. Einmal was zum Sight ziehen. Und einmal wieder so ein Collectible. Gehen wir mal schauen. Erstmal schön dem Weg folgen. What the fuck? Okay. Ist eine riesige. Eine riesige Ziege. Sie ist riesengroß. What the fuck? Guten Tag. Hallo. Monster Ziege. Wie geht es dir? Ist das scheiße? Ja gut. Das ist die riesige. Okay. Sie hat auch so kleine lustige Dinge am Hals. Und in der Nähe dieser riesigen Giganto Ziege wird sich auch das Collectible befinden. Wenn ihr es seht, bitte schreien. Da ist es doch auch schon. Einfach mal so eine riesige Ziege. Keine Ahnung warum. Komm auf die Idee. Ja lass mal eben. Weißt du was? Ich hab eine Idee. Lass mal einfach so eine Mega Ziege hinpacken. Collectible 1. Ah okay. Ja gut. Meine Lieben. Da hört ihr ihn auch schon. Passt ja perfekt. Ihr hört den Haarenkreno und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle mal wieder so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Werden dann noch eine weitere Tour fahren, um die letzten, das letzte oder die letzten beiden, beziehungsweise mal gucken, ob wir das hinkriegen. Werden wahrscheinlich noch zwei Touren werden. Werden auf jeden Fall dann nochmal wieder eine Tour machen, um das nächste Achievement zu kriegen. Und ansonsten würde ich dann sagen, bleiben wir mal... Warte, das erste, was wir noch checken müssen, bevor wir jetzt die Folge beenden, hat diese Ziege ein Arschloch. Okay, wir wissen es nicht so genau. Es wird auch immer ein Mysterium bleiben. Naja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe ich dir so weit im beiden Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken.